Ich hatte von gar nichts Ahnung. Also online war ich überhaupt nicht unterwegs. Ich habe vielleicht mal was gegoogelt und das war es. Also ich kannte mich eigentlich überhaupt nicht aus. Und dieser Kurs hatte mich sehr angesprochen, weil es nicht nur um den Text ging, sondern eben auch um das Ganze drumherum, um diese Hilfen, was man halt da alles so machen kann und auch braucht. Und ich muss sagen, ich habe dann damit angefangen. Das war auch total hilfreich, weil ich da halt einfach wirklich, es war ja so viel Neues und ich habe mir halt nach und nach das wirklich erstellt. Und das hat mich jetzt im Laufe der letzten Monate so weitergebracht. Das Ganze, ich habe so viel gelernt und sehe jetzt eigentlich erst wirklich, ich blicke oder man kann sagen, ich blicke jetzt erst so wirklich durch, was dieser Kurs tatsächlich auch bietet. Weil es fängt ja nicht nur an mit der Positionierung oder warum ich was mache. So Sachen weiß ich mittlerweile oder auch, wie ich mir einen Text ganz gut schreiben kann. Aber dieses mit den ganzen Tools, die es gibt, was man machen kann, ob man ein Freebie macht, ob man, was man für Angebote erstellt, wie so ein Paket geschnürt werden kann. Also das ist ja so unglaublich viel. Und ich habe teilweise gesehen, da gibt es ja zu jedem Ding fast einzelne Kurse und das ist da jetzt irgendwie alles mit drin. Und das habe ich tatsächlich jetzt erst so begriffen. Also das ist super. Und deshalb habe ich gedacht, ich werde jetzt alles andere brav ausblenden, damit ich nicht wieder abgelenkt bin und werde echt komplett das Ganze nochmal durchmachen. Weil ich denke, damit kann ich im Grunde alles abdecken. Ja, habe ich einfach ein super Gefühl und bin, glaube ich, ganz gut aufgebaut jetzt mit dem Ganzen. Aber du hast da so viel in diesem Kurs drin. Also das ist eigentlich, das ist wie zehn Kurse, was andere so einzeln anbieten teilweise, finde ich. Wahnsinn, ja. Also ich habe nämlich mittlerweile auch zwischendurch so andere Kurse angefangen. Und das ist schon wirklich viel, was in diesem Kurs drin steckt da. Danke. Also riesen Kompliment. Also was man, auf welche Art man bestimmte Texte schreiben kann. Also auch Ideen, weil mir persönlich fällt das schon manchmal schwer, wie formuliere ich jetzt was richtig. Und das ist schon schön, dass man da so ein paar Vorlagen hat und auch gucken kann, wie spreche ich halt auch jemanden an, dass die nicht total gelangweilt sind gleich, sondern sich das vielleicht auch durchlesen. Also einfach so dieses, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie man am besten was schreibt. Das fand ich toll, weil das ist so viel, was ich für mich da mitnehmen konnte. Was auch super ist, ist so dieses mit den Preisen. Ich glaube, da tun sich ja unglaublich viele schwer mit, weil ich auch, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ist jetzt wirklich angemessen. Und das war auch sowas für mich. Ich bin halt auch so aufgewachsen, naja, und das ist alles so teuer und das kannst du nicht machen und das darf nicht so viel kosten. Und das fand ich sehr, ja, einfach mal schön zu sehen, eine andere Sichtweise da drauf zu bekommen und dass das halt auch durchaus berechtigt ist, wenn man eben dieses Wissen hat und das auch vermittelt, dass man dann auch durchaus einen riesen Nutzen für den Kunden hat und dann auch einen entsprechenden Preis dafür verlangen kann. Das fand ich sehr hilfreich. Und das werde ich auch umsetzen.